Musik Mama Maria, 32 Takte, 4 Richtungen. Wir beginnen mit rechts, schräg nach rechts vor, drei Schritte. Rechts, links, rechts, links kickt nach vor und dabei wird geklatscht. Jetzt geht man wieder zurück in die Ausgangsposition. Links, rechts, gerade stellen, tippen. Von Anfang an, 7, 8, schräg vor, kick, klatsch, rück, rück, gerade stellen. Die nächsten Takte, man macht die gleiche Sequenz, die man vorher nach rechts gemacht hat, auch auf links. Durch das der rechte Fuß getippt ist, weiß man, man beginnt mit rechts. Wieder drei Schritte nach vor, Schritt, Schritt, Schritt. Es wird wieder links gekickt und gleichzeitig geklatscht. Und zurück, links, rechts, gerade stellen, tippen. Ich wiederhole nochmal diese Takte. 7, 8, rechts, links, rechts, klatsch, rück, rück, gerade stellen, tippen. Die ersten 16 Akte, 7, 8, rechts, links, rechts, klatsch, rück, 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 gerade stellen, tippen. Jetzt kommen die nächsten 8 Akte. Rechts ein Schritt nach vor, links kickt vor, links zurück, rechts, tippt hinten. Und das Ganze nochmal wiederholen. Rechts Schritt vor, links kickt, links zurück, rechts, tippt. Das kann man gerne auch betont tanzen, zum Beispiel mit klatschen oder mit, dass man eher nach außen schwingt. Dann wären es Charleston-Schritte. Ich zeige es kurz vor. 7, 8, Schritt, klatsch, rück, klatsch, Schritt, klatsch, rück, klatsch. Oder die andere Variante, Schritt, kick, rück, kick, schritt, kick, rück, kick. Da sind euch alle Varianten offen. Ich wiederhole es von Anfang an. 7, 8, Schritt, 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 klatsch, rück, 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 tipp, schritt, 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 klatsch, rück, 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 tipp, schritt, vor, rück, tipp, schritt, vor, rück, tipp. Und die letzten 8 Akte sind eine Linie nach rechts. 1, 2, 3. Wir tippen wieder auf, neben dem rechten. Und eine Linie mit einer Viertellinksdrehung. 1, 2, 3. Und bitte am Schluss tippen. Ich wiederhole die letzten 8 Akte. 7, 8, rechts, links, rechts, tipp, links, rechts, Viertel, tipp. Von Anfang an. 7, 8, Schritt, 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 kick, rück, 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 tipp. Schritt, 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 kick, rück, 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 tipp. Schritt, Schritt, kick, rück, tipp, Schritt, kick, rück, tipp. Linie rechts, tipp, Linie Vierteldrehung, tipp.